Moin meine Leute, kurze Stream-Ankündigung, heute gegen 20 Uhr werde ich ein bisschen Dead by Daylight zocken, wieder ein bisschen als Killer denke ich mal, die Beta läuft ja noch immer und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, heute Abend 20 Uhr auf Twitch, der Link wie immer unten in der Videobeschreibung, also wir sehen uns nachher in-game, ich freue mich drauf, bis später, haut rein, ciao, ciao!